Ein Volkswagen Golf steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 100.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 160 PS an einem Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017